Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, dem 19. Juni 2020. Happy Birthday, Mami. Zur Geek Talk Daily 836. Heute habe ich die folgenden Themen. 8 Millionen, Siri Shortcuts, Schmidt, Twitch Studio und AVM. Das Happy Birthday galt meiner Mutter, denn die hat heute Geburtstag. So viel Zeit muss sein. Ich beginne gleich mit den 8 Millionen, denn so hoch ist die Anzahl der downgeloadeten Apps im Play Store, aber wie auch bei Apple anscheinend von der Corona-Warn-App. Die brauchte insgesamt 50 Tage in der Entwicklung, Klöppelung und Zusammenschustern und ist jetzt in den letzten zwei Tagen insgesamt wie gesagt 8 Millionen mal runtergeladen worden. Ich bin da extrem gespannt, vor allem bei wie vielen sie immer noch drauf ist. Der eine oder andere hat sie sicherlich auch gleich wieder weggeschmissen. Ich bin aber nach wie vor, wie wir schon der Achim und ich gestern in der Geek Talk News-Format besprochen haben, ein Fan davon, es zu nutzen, weil man kann anderen Menschen damit helfen und sich selber natürlich auch. Kommen wir weiter zum nächsten Thema und das sind Siri Shortcuts. Das ist eine App, die ihr zum Podcast hören nutzen könnt, sogenannte Podcatcher. Einer meiner Favorites, der Castro Podcatcher, hat 30 Siri Shortcuts bekommen. Darunter Spiel Castro, das mit Siri-Aufruf quasi Castro gestartet wird zum Podcast starten. Das ist etwas, was ich täglich nutze. Einfach mal sagen, eben, er soll einen Podcast abspielen oder er soll 30 Sekunden springen. Er soll zum nächsten Kapitel springen oder zurückgehen zum Anfang des Kapitels und solche Geschichten. Bedingt natürlich ein Podcast, der Kapitelmarken hat, aber solches Zeugs ist sehr, sehr, sehr bequem und sehr nützlich auch. Nicht nur Donald Trump und seine Regierung wirft aktuell Huawei vor, Spionage zu betreiben für China, dem grössten Besitzer an Huawei, sondern auch Eric Schmidt, der ehemalige Google-Chef, der mittlerweile beim, wo arbeitet er schon wieder, irgendwo in der Regierung, Sicherheit, Security, Gedöns, irgendwas. Und auch er schreit jetzt in die Richtung, dass Huawei das anscheinend tut, doch er tut es dem anderen gleich. Er hat nichts Handfestes, womit er das belegen kann. Schwierig, schwierig, dieses ganze Säbelrasseln. Twitch Studio kam im letzten November oder was, Dezember online, leider nur für Windows. Jetzt ist die Beta aufgetaucht, per Sofort kann sie auch für macOS runtergeladen werden. Wer also in Richtung Twitch streamt und da externe Tools nutzt, kann auch das mal ausprobieren. Ich habe schon das eine oder andere Mal damit rumgespielt. Funktioniert zumindest in den Grundfunktionen sehr stabil und gut. Zu guter Letzt komme ich zu einem Thema, was wir schon in den letzten Wochen, oder ja doch, in den letzten Wochen ein paar Mal hatten. AVM hat wieder mal einiges an Updates für ihre Boxen rausgehauen, im aktuellen heute, oder besser gesagt gestern, für die Kabelboxen. Die vier aktuellen Kabelboxen bekommen die neue Laborversion. Für all diejenigen, die das nicht kennen, das sind die sogenannten Beta-Versionen mit neuen Funktionen, Bugfixes und solchen Geschichten. Wer also ein bisschen wagemutig ist und da auch mal auf etwas stossen möchte, der kann es ausprobieren, neue Funktionen ausprobieren, aber auch den ein oder anderen Bug, den er vielleicht hat, damit ausbügeln können. Ich hätte zumindest bis anhin noch nichts Gravierendes gehabt, wo ich durch so eine Laborversion, und ich habe eine meiner Fritzboxen auf der Laborversion, wo ich da Einbußen gehabt hätte. Das sind meistens sehr stabile Versionen. Ich sage meistens. Man kann es ja nicht für immer und voraussagen. Auf jeden Fall unbedingt ausprobieren, wer auch die neuesten Funktionen mal austesten mag. Im aktuellen Update sind vor allem Bugfixes im Bereich Internet, im Bereich mit der Stabilität, der Verbindung und ein paar Kleinigkeiten, VPN, WLAN und Mesh und so weiter wurden fleissig ausgebügelt. Es geht langsam aber sicher dem nächstgrösseren Update in der finalen Version entgegen, hoffe ich doch. Bin mal gespannt auf jeden Fall. So, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Euch wünsche ich ein schönes und erholsames Wochenende und wenn ihr mögt, ab nächster Woche ist der Achim ja wieder für euch da. Und dann auch unter anderem vor allem mit WWDC-Themen, denke ich doch. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.